Wir wollen uns einmal einen Überblick über die Wendepunkte von unseren Winkelfunktionen verschaffen. Dazu schauen wir uns als erstes die Funktionsgleichung an, welche sich hier wieder aus der Winkelbeziehung im rechtwinkligen Dreieck ergibt. Wir hätten also Sinus, Cosinus und Tangens, jeweils von Polynomen. Und wir sehen schon, diese Polynome beschränken wir auf Polynome bis höchsten vierten Grades. Wir können dann die Winkelfunktion auch noch weiter unterteilen, indem wir den Polynomgrad hinsichtlich seiner Parität untersuchen. Also wir können dann immer sagen, wird eine Winkelfunktion von einem Polynom ungeraden oder von einem Polynom geraden Grades gebildet. Das sind sozusagen auch unsere grafischen Unterschiede, die wir uns dann anschauen werden. Und wir wollen Wendepunkte bestimmen. Nochmal hier die mathematische Bedingung, die sogenannte hinreichende Bedingung, welche vorliegen muss, welche Kriterien erfüllt werden müssen. Das sind hier insgesamt drei Stück. Damit wir einen Wendepunkt annehmen dürfen, hier als erstes soll die zweite Ableitung 0 werden, denn wir wollen ja eine Nullstelle des Tresens ermitteln. Dann als zweites soll die erste Ableitung ungleich 0 sein, denn unsere Wendepunkte sollen ja einen Anstieg besitzen. Und schließlich soll drittens eine ungerade Ableitung ungleich 0 sein. Und dahinter verbirgt sich der Nachweis der Parität der Nullstelle, denn Wendestellen liegen ja nur dort, wo die Nullstelle des Tresens ungerade ist. Und diese Parität der Nullstelle drückt sich hier auch oben im Ableitungsgrad aus. Wir wissen schon von Extremen und Sattelpunkten, dass das nicht immer so sein muss. Das könnte also sich auch verschieben, weil sich dieser Ausdruck ja eigentlich auf die Ausgangsfunktion bezieht. Unsere erhaltene Nullstelle aber auf die zweite Ableitung. Das Schöne ist aber, dadurch, dass die Ableitung hier die zweite an sich schon gerade ist, findet keine Paritätsverschiebung hier im Ableitungsgrad statt. Und es stimmt also tatsächlich überein. Wir müssen dann nur wissen, wir müssen es trotzdem lesen können. Wir könnten also Nullstellen 1., 3., 5. und so weiter Ordnung haben. Und wenn wir diese Vielfachheit nochmal genauer betrachten und uns im Schulstoff befinden, dann sehen wir auch, dass diese dort eine Einschränkung vornimmt. Und es werden immer nur Wendestellen vorkommen, die im Prinzip einfache Nullstellen der zweiten Ableitung sind. Vor allem bei Polynomen, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Wir betrachten ja nur Polynome vierten Grades. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir hier eine einfache Nullstelle erzeugen wollen der zweiten Ableitung, dann müsste der Nachweis ja passieren mit der ersten Ableitung der zweiten Ableitung. Und damit kommen wir dann hier in Strichen ausgedrückt auf die dritte Ableitung, welche ungleich Null ist. Und das wäre jetzt wieder so eine einheitliche Darstellung, also weniger abstrakt. Für uns ist trotzdem wichtig, dass wir wirklich verstehen, warum hier die dritte Ableitung ungleich Null sein muss. Das ist also der Nachweis für die Einfachheit der Nullstelle der zweiten Ableitung. Und damit haben wir dann eine ungerade Nullstelle. Und diese erzeugt einen Vorzeichenwechsel beim Durchgang der zweiten Ableitung. Das bedeutet, der Tresen ändert sich und damit liegt tatsächlich eine Wendestelle vor. Das ist also hier nochmal als in Worten erklärt, was diese mathematischen Bedingungen eigentlich aussagen. Und jetzt wollen wir uns nur nochmal hier als Übersicht auch die Art noch anschauen. Wir fangen trotzdem nochmal hier oben an. Also wir bilden zunächst mal, weil es ja auch so eine kleine Prüfungsgeschichte ist, die wir jetzt, wenn wir den Graphen betrachten, immer einzeln durchgehen. Also wir brauchen erstmal diese Bedingungen, also die sogenannte Aussage logitechnisch hinreichende Bedingungen, setzt sich aus den notwendigen Bedingungen zusammen. Und auf die müssen wir dann unsere Punkte, die wir in Betracht ziehen, auch abklopfen. Die erste Bedingung ist, die zweite Ableitung soll Null sein. Das wäre also der Drehsinn ist Null. Wir würden die Nullstelle mathematisch bestimmen. Dann soll die erste Ableitung ungleich Null sein. Das bedeutet, der Anstieg ist ungleich Null. Es soll ein Anstieg da sein. Und das dient der Abgrenzung unseres potenziellen Wendepunkts zum Sattel. Das sind ja für uns eben keine Sattelpunkte. Auch Sattelpunkte soll eben hier kein Unterfall von einem Wendepunkt sein. Denn die Sattelpunkte sind ja die geraden Nullstellen der ersten Ableitung und es würde sich hier sonst überkreuzen. Und schließlich haben wir hier die dritte Ableitung ungleich Null. Und damit weisen wir die Einfachheit der Nullstelle der zweiten Ableitung nach. Damit hätten wir eine ungerade Nullstelle. Damit hätten wir einen Vorzeichenwechsel. Es würde sich der Drehsinn also ändern. Dementsprechend hätten wir eine Wendestelle. Ja, und wie der Drehsinn sich ändert, also ob es von rechts nach links drehend oder von links nach rechts drehend ist, das bestimmt sich dann nochmal genau über das Vorzeichen dieser dritten Ableitung, welche ungleich Null ist. Denn wenn sie ungleich Null ist, kann sie ja nur größer oder kleiner Null sein. Wenn sie größer Null ist, dann sagt man, es ist positiv, es ist also Plus. Das ist auch dorthin, wo der Vorzeichenwechsel stattfinden würde. Wäre also jetzt hier von Minus zu Plus. Da muss man nur noch wissen, dass eben Minus rechts drehend ist und Plus links drehend. Das wäre also ein Drehsinnwechsel von rechts nach links. Und damit ein Anstiegsminimum. Eselsbrücke wäre, also dort, wo es hindreht, ist hier links, da ist ein I drin. Und auch bei Anstiegsminimum sind hier mehrere Is drin sogar. Und wenn das genau andersrum ist, das heißt, wenn das hier kleiner Null ist, bedeutet das, es wird etwas negativ, sprich Minus. Dann wäre der Vorzeichenwechsel von Plus zu Minus, sprich von links nach rechts drehen. Und damit hätten wir hier dann auch ein Anstiegsmaximum vorliegen, was die Art des Wendepunktes wäre. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns nochmal merken, dass es immer von rechts nach links ein Anstiegsminimum ist. Die zweite Ableitung schneidet dann die x-Achse von unten nach oben. Und die Drehung von links nach rechts erzeugt ein Anstiegsmaximum. Die zweite Ableitung schneidet die x-Achse also von unten. Das sind so die wichtigsten Sachen, wo wir dann auch wirklich grafisch immer sehr schön unsere Wendepunkte erkennen können. Und ganz wichtig ist, dass wir eben auch einen Anstieg haben. Und jetzt wollen wir uns mal die ganzen Sachen für die Winkelfunktion anschauen. Als erstes betrachten wir Sinus- und Cosinusfunktionen mit einem Polynom umgeraden Grades. Sagen wir mal ersten und dritten Grades, denn wir beschränken uns ja immer auf Polynome vierten Grades. Und da fangen wir an, wir sehen es hier am Leitkoeffizienten mit einem Polynom ersten Grades, sprich eine lineare Funktion. Und das wäre sogar eine relativ einfache, ohne ein Absolutglied drin und sogar noch normiert, denn das hier ist einfach nur Sinus x. Und hier hätten wir noch, wir machen das jetzt nur einmal, wir machen hier noch die Cosinus x dazu. Aber nur um zu erkennen, dass diese beiden Funktionen fast exakt gleich sind, die sind nur ein bisschen verschoben. Und zwar phasenverschoben nennt man das Ganze. Also die Cosinus-Funktion ist gegenüber der Sinus-Funktion 90 Grad phasenverschoben. Im Bogenmaß ausgedrückt, nicht im Gradmaß, wäre das dann Pi halber. Wir könnten also diese, wenn wir sagen, wir haben jetzt Sinus x, diese grüne, die könnten wir auch über eine Cosinus-Beziehung erzeugen, wenn wir sagen, wir haben Cosinus und dann wäre unser Absolutglied minus Pi halber. Das wäre überhaupt kein Problem. Das wäre dann Cosinus, Klammer auf, x minus Pi halbe, Klammer zu, da würden wir genau diese Funktion erwischen. Um denen zufolge wollen wir diese Funktion künftig auch zusammen betrachten. Also alle Graphen, die wir jetzt bei Sinus- und Cosinus-Funktion sehen, lassen sich sowohl mit einer Sinus- als auch einer Cosinus-Funktion erzeugen. Und wenn wir hier aber mal beide Funktionen nochmal einzeln nehmen und auf Wendestellen untersuchen, dann haben wir eine folgende Sache. Also wir gehen diese Graphen hier irgendwie einfach mal ab. Wir sehen, wenn wir hier losgehen, ist es von links nach rechts drehend, wieder links drehend, dann wird es wieder rechts drehend. Also es wechselt sich immer schön ab. Hier kommt es auch von rechts drehend. Hier ist der Tresen 0, dann wieder links drehend, dann wieder 0, dann rechts drehend, dann wieder 0 und so weiter. Die haben also aufgrund ihrer Periodizität auch unendlich viele Stellen, die Wendestellen sein können. Wenn wir uns die jetzt hier nochmal alle anschauen, dann sehen wir auch, dass überall ein Anstieg da ist, der Tresenwechsel. Damit liegen alle Bedingungen vor, die wir brauchen. Vorzeichenwechsel findet statt. Wir haben eine einfache Nullstelle der zweiten Ableitung, das heißt, die zweite Ableitung schneidet die x-Achse, erzeugt dieses Ding. Und wie sie schneidet von oben oder von unten, bestimmt dann die Art, wissen wir auch schon. Und wir fangen hier mal an zu sagen, wir kennzeichnen uns hier mal eine Wendestelle mit einem Anstiegsmaximum, denn wir drehen ja von links nach rechts. Wissen wir, die Eselsbrücke war ja, wenn es nach links dreht, ist es ein Minimum. Dann hätten wir hier auch noch ein Anstiegsmaximum. Hier hätten wir jetzt mal ein Anstiegsminimum in seiner Art als Wendepunkt, denn es wird tatsächlich von rechts nach links gedreht. Und selbstverständlich hätten wir das hier für unsere Sinusfunktion dann auch. Und das wäre jetzt hier für die positiven Leitkoeffizienten genauso zutreffend wie für die negativen. Da wollen wir uns auch nochmal auf der rechten Seite ein paar Wendepunkte kennzeichnen. Hier hätten wir eine Wendestelle mit einem Anstiegsmaximum, hier eine mit einem Anstiegsmaximum und dann noch zwei jeweils mit einem Anstiegsminimum. Und was also hier festhalten ist, so eine Kosinus- und Sinusfunktion mit einem ungeraden Grad. Also die können unendlich viele Wendestellen enthalten. Das ist schon mal eine interessante Tatsache, wodurch sich diese Funktionen schon mal von anderen Funktionsarten deutlich abzeichnen. Jetzt wollen wir uns nochmal ein Polynom anschauen, welches dritten Grad es ist. Also wenn wir hier eine kubische Funktion haben, wie die so das Aussehen verändert. Und da sehen wir schon, die schlägt eigentlich nur so richtig in der Mitte durch und dann nivelliert sich das an den Rändern wieder. Und diese Ränder wollen wir hier aber nicht betrachten. Also uns ist klar, dass hier überall Wendepunkte liegen. Die liegen auch alle auf der gleichen Höhe. Nur hier in der Mitte passiert so ein bisschen was anderes, wo wir genau hinschauen wollen. Und da sehen wir als erstes, wenn wir jetzt von hier kommen, ist ja eine Linksdrehung, dann ist der Dresen hier 0, dann kommt eine Rechtsdrehung. Da ist auch ein Anstieg vorhanden, also das ist schon mal ein Wendepunkt. Hier wäre es von rechts auf 0 nach links mit einem Anstieg, zweiter Wendepunkt. Hier wäre es von links irgendwie dann hier oben wieder nach rechts und dazwischen auf 0 mit einem Anstieg, also dritter Wendepunkt. Und die markieren wir uns auch. Von links nach rechts ist ja ein Wendepunkt mit einem Anstiegsmaximum. Von rechts nach links ist ein Wendepunkt mit einem Anstiegsminimum. Von links nach rechts ist ein Wendepunkt mit einem Anstiegsmaximum. Ja, und für die negativen Leitkoeffizienten wollen wir uns das natürlich auch mal anschauen. Da werden wir hier von rechts nach links drehend. Anstieg ist vorhanden, hier von links nach rechts drehend. Anstieg ist vorhanden, hier von rechts nach links drehend. Und ein Anstieg ist immer vorhanden. Dementsprechend hätten wir auch nochmal drei Wendepunkte, die ein bisschen besonders sind, weil sie nicht auf der Höhe der anderen liegen. Nehme ich hier einen Wendepunkt mit einem Anstiegsminimum. Hier einen mit einem Anstiegsmaximum. Und dann nochmal ein mit einem Anstiegsminimum. Nur nochmal hier wieder, also es gibt unendlich viele Wendepunkte, aber das ist sozusagen das, was hier so in der Mitte passiert. Und bei Polynom dritten Grades kann die Mitte auch mal so aussehen. Da wollen wir auch nochmal hier, das ist klar, wir haben wieder eine Links-Rechts-Drehung. Das heißt, hier wird irgendwo ein Anstieg auch vorhanden sein, da mit einem Wendepunkt. Hier haben wir eine Rechts-Links-Drehung. Aber ganz wichtig, wir haben keinen Anstieg. Das heißt, für uns ist das hier kein Wendepunkt. Wir wissen auch schon, das ist für uns ein Sattelpunkt. Das ist was ganz anderes als ein Wendepunkt. Und erst hier oben haben wir wieder einen Wendepunkt. Also nochmal zur Verdeutlichung. Hier wäre von links nach rechts drehend ein Anstiegsmaximum ausfindig zu machen. Hier wäre von links nach rechts drehend auch wieder ein Anstiegsmaximum ausfindig zu machen. Und für unsere negativen Leitkoeffizienten hätten wir dann hier noch zwei Anstiegsminima. Beides dann Wendepunkte. Aber eben ganz in der Mitte. Das sind alles Sattelpunkte und für uns eben keine Wendestellen. Und zu guter Letzt mal so dieses ganz klassische Ding. Wir markieren uns auch nur noch den wichtigsten Wendepunkt einmal in der Mitte. Also hier wäre es ganz deutlich, diese Drehung auszumachen. Nochmal von rechts nach links und hier von links nach rechts. Wir hätten auch jeweils einen Anstieg. Sieht man auch schön, wenn man Tangenten anlegen würde. Die sind nicht waagerecht zur x-Achse und deshalb hier ein Wendepunkt mit einem Anstiegsminimum und einen für negative Leitkoeffizienten mit einem Anstiegsmaximum. Jetzt wollen wir uns nochmal Sinus- und Kosinusfunktionen mit Polynom geraden Grades anschauen, also zweiten und vierten Grades. Dann fangen wir an mit einem Polynom zweiten Grades, also eine quadratische Funktion. Da sehen wir auch hier, diese Funktionen haben ganz, ganz viele Wendepunkte. Und uns interessieren wieder nur die, die so in der Mitte liegen, also wo die quadratische Funktion so richtig ein bisschen durchschlägt im Aussehen. Wir sehen ja hier, entsteht so eine Art Parabel, die nach oben geöffnet ist und hier eine, die nach unten geöffnet ist. Das ist sozusagen dort, wo das Polynom so richtig wirkt, aber sofort übernimmt dann diese Sinus-Funktion wieder, wenn es weitergeht oder auch im Voraus, wenn wir uns das dort anschauen. Und da hätten wir hier einmal einen Wendepunkt mit einem Anstiegsminimum, also von rechts nach links drehen. Tresen wird 0 und Anstieg ist auch vorhanden. Dann hätten wir hier einen Wendepunkt mit einem Anstiegsmaximum. Tresen ist 0, Anstieg ist vorhanden. Es wird von links nach rechts gedreht, deshalb ein Maximum für den Anstieg. Und auf der rechten Seite hätten wir nochmal einen Wendepunkt mit einem Anstiegsmaximum von links nach rechts drehen. Und nochmal einen mit einem Anstiegsminimum von rechts nach links drehen. Natürlich haben alle Wendepunkte eben auch einen Anstieg. Für uns sind das erst die wirklichen echten Wendepunkte. Und wir sehen schon, dass wir auch für Polynome mit einem geraden Grad schon bei einer quadratischen Funktion, also unzählige Wendepunkte vorfinden. Ja, wie sieht es denn aus für eine quartische Funktion im Polynom vierten Grad? Das erzeugt in der Mitte folgende Schaubilder. Da sehen wir schon mal hier, hier ist so ein witziger, ein bisschen abgeflachter Extrempunkt. Und uns interessiert jetzt hier wieder die Mitte. Also wir kommen hier von links drehen. Hier ist der Drehsinn irgendwo 0, rechts drehen. Hier ist ein 0, wieder links drehen. Aber von diesen zwei möglichen Punkten, die wir haben, gibt es eben wieder nur einen Wendepunkt. Denn an diesem Punkt hier gibt es keinen Anstieg. Der Anstieg ist dort 0. Demzufolge ist das kein Wendepunkt, sondern nur dieser Punkt. Und das wäre dann, weiß von links nach rechts dreht, ein Anstiegsmaximum in seiner Art. Und wir wissen schon, das hier ist dann eben ein Sattelpunkt. Und selbstverständlich gibt es dann hier oben auch nochmal einen Wendepunkt. Den haben wir jetzt ganz vergessen in der Betrachtung. Aber auch hier dreht ja die Funktion nach dem Sattel nach links weiter, wird dann 0 im Drehsinn, hat einen Anstieg und dreht dann nochmal nach rechts. Und dementsprechend liegt hier natürlich auch ein Wendepunkt vor. Und für negative Leitkoeffizienten ist es dann ähnlich. Wir kommen also hier von rechts drehen nach 0, nach links drehen, nach 0, nach rechts drehen, nach 0, nach links drehen. Wir hätten also drei mögliche Kandidaten, aber nur zwei schaffen es in die Ausbauhunde, weil hier der Sattelpunkt mit einem 0-Anstieg ausgestattet ist. Und die beiden anderen Punkte, das sieht man ganz klar, haben einen Anstieg. Der Dresen wechselt da auch, also Vorzeichenwechsel ist vorhanden. Alle Qualifizierungen sind da. Ja, und dann ist nur noch die Frage, wie wechselt denn das Ding von rechts nach links, wissen wir. Dann müsste dort ein Anstiegsminimum vorliegen in seiner Art. Und dann hätten wir nochmal einen Wendepunkt mit einem Anstiegsminimum da unten, weil auch dort von rechts nach links gewechselt wird hinsichtlich des Dresens. Wie sieht das nun für unsere Tangensfunktionen aus? Wir wollen uns zunächst einmal diejenigen betrachten, wo da ein Polynom ungeraden Grades auftaucht, also ersten oder dritten Grades. Und wir fangen an, wenn wir hier, das ist Tangens x einfach mal, also als normierte lineare Funktion, die da vorkommt, sogar ohne Absolutglied. Und da sehen wir schon, wir wollen jetzt einfach mal hier ganz augenscheinlich im Ursprung auch die Wendestellen ausmachen. Da wird der Dresen nämlich null und wir drehen von rechts nach links. Wir haben auch einen Anstieg. Demzufolge haben wir einen Wendepunkt mit einem Anstiegsminimum. Und für negative Leitkoeffizienten hätten wir hier einen Wendepunkt mit einem Anstiegsmaximum. Und auch dieser wird er sich dann immer periodisch wiederholen. Also das sieht man hier, glaube ich, auch sehr schön, dass dann immer die Nullstellen sozusagen dieser Tangensfunktion automatisch auch Wendepunkte sind. Das muss aber nicht immer so sein. Also das werden wir dann gleich noch sehen. Also Tangensfunktionen können schon ab einem Polynom ersten Grades auch unendlich viele Wendestellen enthalten. Ja, wie sieht es denn aus mit den Wendestellen, wenn unser Polynom dritten Grades ist? Da sehen wir schon an diesen Rändern, dass immer noch Dresenswechsel stattfinden, die immer immer ganz fein sind. Das ist wirklich hier so wie feine Gardinen, die im Wind wehen. Aber die wollen wir gar nicht betrachten. Wir wollen uns mal hier angucken, wie es wieder in der Mitte aussieht. Also diese ganz signifikanten, starken Wendestellen, wenn man so will. Und auch da sieht man, wie die kubische Funktion hier am meisten durchkloppt oder durchknallt und eben so einen ganz klassischen Wendepunkt erzeugen kann. Hier also von rechts nach links drehend, Anstieg ist vorhanden. Deshalb eben eine Wendestelle mit einem Anstiegsminimum und für negative Leitkoeffizienten von links nach rechts drehend. Und auch hier, Dresen ist 0, aber Anstieg ist vorhanden. Deshalb ein Wendepunkt mit einem Anstiegsmaximum. Beide Male kommt so ein Vorzeichenwechsel für den Dresen zustande. Aber nicht vergessen, wir haben hier natürlich wieder unzählige weitere Wendepunkte an diesen Rändern. Was auch passieren kann, ist sowas. Also dass wir sozusagen neben unseren Wendepunkten, die hier in diesen Gardinen hängen an der Seite, in der Mitte einfach mal sowas vorfinden. Da sehen wir schon, das sind ja Sattelpunkte. Also da zeichnet sich eben aus, dass sich zwar der Dresen ändert, hier auch von rechts nach links, aber zusätzlich eben eine Anstiegs-Nullstelle vorliegt. Also hier wäre auch eine Links- nach Rechtsdrehung, aber es ist eben kein Anstieg vorhanden. Und wir brauchen für unsere Wendepunkte eben einen Anstieg. Deshalb sind das hier für uns eben auch Sattelpunkte und nicht Wendepunkte. Dann nochmal das ganz, ganz Klassische, wie man es so schön kennt, wo man auch wirklich gut erkennen kann, hier von rechts nach links drehend, Anstieg ist vorhanden. Wirklich hier ein sehr schönes Wendeminimum sozusagen, also ein Anstiegs-Minimum. Und hier rechts von links nach rechts drehen, deshalb eine Wendestelle mit einem Anstiegs-Maximum. Und wie gesagt, an diesen Rändern hier tauchen immer noch Wendepunkte auf, die wir hier erstmal außer Betracht lassen, die eben dann auch in die Unendlichkeit hinsichtlich ihrer Anzahl sind. Okay, jetzt wollen wir uns mal Tangens-Funktionen mit Polynom geraden Grades anschauen, also Polynom mit zweiten und vierten Grades. Als erstes betrachten wir mal den Fall, dass hier eine quadratische Funktion im Spiel ist. Sieht man wieder schön, wie das hier in der Mitte so durchschlägt. Also einmal eine Parabel, die also hier nach oben geöffnet ist, hier nach unten, für positive und negative Leitkoeffizienten. Aber da passiert hinsichtlich von Wendepunkten eigentlich nichts. Also erst hier wieder an den Rändern geht das los. Und das interessiert uns erstmal nicht, dass es irgendwie uns schon klar ist, dass hier Wendepunkte auf jeden Fall vorliegen. Aber in der Mitte passiert da jetzt nicht nochmal irgendwas, was Wendepunkte betrifft. Sobald dann aber eine quadratische Funktion im Spiel ist, sieht das total anders aus. Also da sehen wir hier schon so ein Schaubild, was recht typisch ist. Ich habe jetzt nochmal einen Fall genommen, wo wir uns auch ein bisschen genauer unterhalten müssen, was wir hier als Wendepunkt klassifizieren. Also hier hatten wir eine Linksdrehung, hier wäre der Tresen 0, eine Rechtsdrehung, hier wäre der Tresen 0, wieder eine Linksdrehung. Hier eine Rechtsdrehung, Tresen 0, Linksdrehung, Tresen 0, Rechtsdrehung. Zwei potenzielle Wendepunkte, also die erste Bedingung aus unserer Übersicht erinnern wir uns, zweite Ableitung 0, hätten wir schon mal einen Haken dran. Die zweite Bedingung war ja, dass die erste Ableitung ungleich 0 ist, ein Anstieg soll eben vorhanden sein. Damit fliegen diese Punkte raus. Also die Sattelpunkte haben ja die Eigenschaft, dass der Anstieg dort 0 ist. Und es bleiben nur noch unsere beiden anderen Punkte übrig. Und jetzt sagen wir nur noch, wie wir diese Art richtig feststellen. Wir wissen ja, der Tresen wechselt, er ändert sich. Vorzeichenwechsel liegt also vor der zweiten Ableitung. X-Achse wird da von dem entsprechend geschnitten. Ungerade Nullstelle und so weiter. Jetzt also hier einmal ein Wechsel von links nach rechts, wäre also ein Wendepunkt mit einem Anstiegsmaximum. Und dann hätten wir auf der anderen Seite eine Wendestelle von rechts nach links, Wendepunkt mit einem Anstiegsminimum. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir alle Arten von Wendepunkten für alle Arten von unseren Winkelfunktionen vorfinden können, wobei die Anzahl meist gegen unendlich geht. Also sowohl für die Sinus- als auch die Kosinus- als auch die Tangensfunktion. Wer noch Fragen hat, der meldet sich gerne in den Kommentaren und ich wünsche ansonsten viel Spaß mit allen weiteren Videos.